Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zu einem neuen Info-Kitty, was machst du denn hier? Äh, 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 ich will Schwäne füttern. Schwäne füttern, bei mir im Infovideo. Ja, ich dachte, das kann man doch machen, warum nicht? Wenn ich dich schon mal hier an der Strippe habe, weißt du was am Mittwochabend ist? Nee, was denn? Am Mittwochabend ist ein ganz, ganz toller Livestream und weißt du was? Was? Du bist auch mit dabei. Oh, echt jetzt? Oh, cool. Am Mittwochabend, liebe Leute, den, ich schau mal eben hier auf meinen Kalender, den 12.09. Ja, die Kitty und ich zusammen im Livestream ab 21 Uhr auf live.yuga.de werden wir Minecraft spielen. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Oh mein Gott. Ja, und zwar spielen wir die Lost Adventure Map, also sprich die Adventure Map zur Fernsehserie Lost, weil wir beide so riesengroße Lost Fans sind. Aber wir sind nicht allein, denn der Overlorp und die Draki, die sind auch mit dabei. Genau, und der Lorp versorgt uns mit Infos. Genau, und die Draki kümmert sich wie immer um die Community und um eure Fragen, um eure Kommentare. Und dann, denke ich, werden wir einen richtig schönen Abend haben. Das wird super. Genau, am Mittwoch, dem 12.09. ab 21 Uhr auf live.yuga.de. Lost Adventure Minecraft Livestream der Oberklasse. Fuck yeah. Ja, ich würde sagen, Kitty, bis dahin, oder? Ja, bis dann. Also.